. Ich bin froh, dass ihr den Hei zu Schütte begreissen könnt. Sie können für den ersten Schütte-Mord, den verloren, als wir den Samstag am Morgen, den Hei zu Schütte aufgehelligt haben. Schon an der Schäferrutserklärung war jetzt von diesem Markt. Denen darf keiner neu beleven und uns eine weitere Opportunität gibt, uns heutzutreffen und frische Produkte zu kaufen. Beim Ausschaffen haben wir besonderen Wert auf lokal, frisch, bio- und unhaltlich vorgelegt. Da wünsche ich dem Schütte-Mord für die Zukunft ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Wenn wir den Schütte-Mord offiziell aufmachen, dann können wir den Schütte-Mord aufmachen, dann können wir den Schütte-Mord aufmachen. Vielen Dank. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe viel gesehen. Es gibt Dinge, die man nicht typisch aufmachen würde. Ich habe Leute kennengelernt, das ist wirklich schön. Es ist sehr gut, dass wir in das lokalen Produkt, die lokalen Leute kennen. Ich habe das immer so hell wie Haut, und wir haben ja viele Chancen. Ganz schön. Das wäre eine gute Idee für die Gemeinde. Ich hoffe, dass wir das machen. Das wäre eine gute Idee für die Gemeinde. Und das wäre dasέλige. Und das wäre schön. Untertitelung des ZDF, 2020